Willst du das nächste Mal noch machen? Ja, machen wir. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen mehr Problem. Ja, aber ich brauche auch kein Tutorial. Scheiße. Nicht mehr so richtig schön, ne? Das geht bei der Switch übrigens auch in die Richtung, und wenn du mir einen Forder schräg wirfst, dann dreht er sich auch schräg. Das ist sehr, sehr zahm. Das fand ich mir da wohl nicht ganz so schön, wie es hier ist. Ich versuche den immer so anzuheben und dann, aber das geht wahrscheinlich hier nicht mehr, oder? Nee. Ist das zu stark gedreht? Gut. Ja. Ich kann... Also Spares kann ich. Weißt du, Mann, Spare braucht's. Guck mal. Ich glaube, man sieht dich auch gar nicht jetzt. Das ist nicht so schlimm. Hehehe. Guck mal, reingedreht. Ein Streit. So. Das wird jetzt nochmal. Double. Ich werde nicht schon dafür, dass du so ein ganzes Spielgang nur Strikes machst. Turkey? Oh. Es heißt Turkey. Es heißt nicht drei Strikes in Serie. Scheiße. Jetzt habe ich ihn... Jetzt habe ich ihn erlaubt. Ehrlich. Erster Ausdruck. Der ist dazu oder eben? Jetzt will ich natürlich gehen. Ging es nicht bei der Wii auch so, dass du dann einfach so über andere Bahnen entspringen lassen konntest? Ja, aber das war halt... Das ging irgendwie immer nicht. Ich habe gerade drei Strikes gemacht. Wer sagst du? Schön aufs Bär. Ehrlich. Ehrlich. So. Das war vor allem schön. Alles andere bleibt... Er geht weg und der eine, der damit bleibt stehen. Ganz klar. Jetzt kannst du noch mal ein Strike malen. Ja. Mach ich jetzt noch. Fast. Fast. So. War es noch reingekut? Eieieiei. So. Das hat mich aufgeregt schon mal. Ach.